Also ich finde für einen Reifen kriege ich den gerade noch ganz gut in den Griff. Oh, das ist ein gutes Foto für ein... Foto. Ich muss kurz den Screen-On-Trop machen. Was? Ein gutes Foto für ein Foto? Aha, okay. Ja, sorry. Mein Gott. Habe ich jetzt gewonnen? Ich weiß irgendwie nicht, wo ich hinfahren soll, wenn ich mich hier so umgucke. Na gut. Sagst du dann Bescheid? Na ja. Versuch's mal im Blick zu behalten, aber 20 Sekunden ist halt echt nicht viel. Jetzt. In dem Moment fährt der Bot natürlich auch. Ja, sicher. Ich bin super. Oh, okay. Wo? Lass uns loslegen. Wo? 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 Moin! Ja! Er ist erst mal auf der Pyramide! Er ist erst mal auf der Pyramide drauf! Na, er ist wieder unten! Ich seh! Oh, dieser scheiß Schnee! Mika hat das auch gesehen! Haha! Fahr weg, Alter! Nix da, fahr weg! Abbrechen! Er hat mir nur noch einen Fugen startet, oder was? Ja, und es lag! Ja! Ja! Oh, gehen wir doch hier mal weg hier mit in der Kranze! Oh, er schruckelt! Ey, kaum fährt man durch die Flucht! Ey, er ist ruckelt! Übet! Übet! Oh, Mann! Die allgemeine Ruckelt ist grad... Ah, er ist oben auf dem Parkweg! Nein! Oh, jetzt so müßlich nach vorne schauen! Ja, aber der Wagen schlingert jetzt! Bei mir war er... Bei mir war er schon lange weg! Bei mir ist er an dir schon vorbei gefahren, wo ich dich gerannt habe! Das Problem ist, ihr habt getroffen! Der Reifen schlingert! Ah, du! Ja, immerhin! Bitteschön! Hä? Hä? Was machen sie? Äh? Äh? Alter ist so gut! Hast du grad jetzt Wasser gefahren? Pfff! Nein! Das heißt ja! Ich halte das für ein trauriges Gerücht! Dass hier nur erzählt wird, um mich schlecht dastehen zu lassen! Ja, genau! Womit ich nicht einverstanden bin! Und was ich so nicht tolerieren werde! Was macht ihr denn da die ganze Zeit im Kreis rumbruch oder was? Ach! Äh! 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 Hä? Äh! Ich hab auch keine Ahnung! Äh! Wutzu? Bist ruckelt! Sehr komisch! Bist ruckelt! Bist ruckelt! Bist ruckelt! Bist ruckelt! Das ist auf jeden Fall! Das ist gerade wenig, ey! Ja! Ja! Bist ruckelt! Bist ruckelt! Bist ruckelt! Nein! Nicht fair! Nein! Nein! Oh mein Gott! Ja! Ja! Hab ich den ordel mich auch nicht? Ja! Ja! Ich freu dich! Ich hab eben sch... Oh ja! Du hesslich epicakt! Verw compensiert doch! Ich bin nicht einverstanden jungs! Nicht da wo er sein möchte jedenfalls, nicht da wo er sein möchte. Ich muss das irgendwie schaffen. Ich komme nicht rüber. Hä? Was ist jetzt passiert? Ja moin. Keine Ahnung, wie bin ich hier gerade neu gespawnt worden? Ohne Respawn oder so? Also Regas ist schon eine komische Stadt, muss ich sagen. Ja. Das fährt sich sehr seltsam. Ihr seid ja alle hinter mir. Oh ja, hallo, ich bin in der Ruhe und esse ich gerade ab, alle. Ja, moin, jetzt habe ich hier ein dickliches Gefühl zu geschafft, oder? Lass mich hier nach Hübschen wünschen. Äh, nein! Äh. Langsam wird es eng und weil alles ruckelt, ich sehe, alles ist am wackeln. Alter, hallo ey. Oh, 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 oh. Schau wieder, das ist die Rante, falle dein Ernst. Ja und deshalb ruckelt doch alles so, weil wir die ganze Zeit die Tests einfahren. Das war ein bisschen dick gewesen. Äh. Ach. Ja, schön, Alter. Okay, Sebelinch. Zeig, ob du Eier hast. Nur ein Spaß. Ja. Aber du hast Mika aufgehalten, ne? Ja. Wirklich freundlich von dir. Ja, es ist echt gräulig, wie das hier am Längel ist. Ja, so in Las Vegas einmal und danach nicht wieder mehr. Ja, es ist echt schon, äh, es ist echt befeierlich, ey. Es ist echt schon, äh, es ist echt befeierlich, ey. Der truckelt schon wieder, ey. Oah. Nein! Uuuh. Nein! Alter. Moin, Mary. Oha. Okay. Ist etwa was dagegen? Hm? Das kenn ich noch gar nicht hier. Ich auch nicht. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich hier bin. Äh. Ich hab's keine Ahnung. Ich hab's gegründet. Und ich hab's gar nicht verwenden. Ich hab hier auch keine Ahnung. Ich hab's gegründet. Ich hab' einen rausgewerf. Also bis jetzt finde ich, halte ich mich ganz stabil. Ich bin zwar schon so ziemlich im Arsch, aber ich lebe. Ja, jetzt lebt es sich wieder gleich, ja. Die Ruckelzeit beginnt. Mika ist echt hartnäckig, ne? Das hat schon weh getan gerade, muss ich ja zugeben. Nein! Oh! Oh! Komm! Komm! Jetzt gehst du schon wieder durch die riesige Radarfalle! Echt hier hoch? Ja! Er liegt auf dem Dach, nein! Stört euch mal gegenseitig da, ist schon okay. Ja! Ich bin wieder durch die Radarfalle. Erst habe ich keinen Plan, wo er hin ist. Weiter geradeaus, einfach nur geradeaus. Das Problem ist, ich bin nicht mehr schnell genug. Ihr kommt jetzt ran, einfach nur, weil ich langsamer bin. Nein! Nein! Paranoid geht einfach nur immer full speed rein. Ja, ich weiß nicht, aber bei dem Ruckeln, Anna, dann... Ja, danke dir, Alan. Dann halt full speed in irgendwas reinfahren. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so gedacht. Warum bist du nicht? So wirklich gut funktioniert das auch nicht, da langzufahren. Nein! Einer ist ab. Ja! Ja! Einer ist ab! Ja! Oh, okay! Ja! Ich bin schon wieder in diese ässliche Radarfalle. Überrasch mal nicht einfach mal die Z, wenn ich von dieser ässliche Radarfalle immer entferne. Von vorne dürft ihr mich ja erwischen, das ist okay. Nur nicht beim zweiten Reifen. Hä? 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 Bei mir bist du voll in den NPC reingefahren. Und bei mir in du. Das kenne ich ja auch nicht. Also ich finde für einen Reifen kriege ich den gerade noch ganz gut in den Griff. Oh, das ist ein gutes Foto für ein Foto. Was? Wo ich bin? Ein gutes Foto für ein Foto? Aha, okay. Ein... Ja, sorry. Mein Gott. Habe ich jetzt gewonnen? Wieso? Weiß ich nicht. Ich finde es raus. Äh, keine Ahnung wo du bist. Und schon? Ja! Das war schon zu schnell, okay? Gilt das als gewonnen? Ja, wieso gewonnen? Weil ihr mich nicht kaputt machen könnt. Schau, Mika drüber. Also Mika steht drauf, nur auf der falschen Seite. Ja, aber sowas kann ich richtig gut abschätzen. Ja, stell dich vor die Rampe du Held. Ja, diese Kacke, diese Kacke, diese Kacke. Moin David, was geht? Kannst du mich einfach nur rausbeschleunigen? La 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 la. Ja, viel zu lang. So was kann ich gut. Super Mario World, oder was? Ich glaube, Sabine Lynch versucht es jetzt hier oben irgendwie durch zu manövrieren. Schlecht ist die Idee ja nicht mit dem Problem. Weißt du welcher Reifen der ist, den du kaputt machen musst? So hallo. Und tschüss. Na komm. Ja, schützt ihn runter. Ja, hach dir mal weg da. Ja, chill, warte. Hä? Hä? Das Ding ist, er kommt nicht an den Reifen ran, den er kaputt machen muss. Bei mir warst du schon unten. Oh. Oh. Was passiert hier? Ja, gut. Ähm. Nicht so übel. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich das mache? Hä? Hä? Jetzt ist er auf der anderen Seite. Und zwar komplett unantastbar, hier kommt ihr nicht mehr hin. Ich bin in einem eingeboxten Ding. Hier kann man überhaupt nicht reinfahren. Und ihr habt mich reingebracht. Wobei, einer von uns muss nicht starten. Schon weg. Also ich bin neugierig, wenn ihr es schafft, mich hier kaputt zu machen. Respekt. Okay, okay. Haha. Dann musst du eigentlich den Veneno einfach davor stellen und dann kannst du dich einfach drüber schauen. Dann kriegt man es ja hin. Mhm. Na egal, ich hab dich auf deinen Sachzun zu machen. Oh man. Also ich würde sagen, das hier zählt so langsam als ein anders gearteter Sieg. So eine Art K.O. Sieg. Weil ich nicht mehr entkommen kann, hat die Polizei mich erwischt. Nein. Oder wollt ihr unbedingt den Reifen kriegen? Aber wie häng ich denn hier? Komm ich gebe euch die Chance den Reifen zu bekommen. Ja. 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 Ich verstehe mich nicht, wie ich mit einem Reifen darüber gekommen bin. Na. Vielleicht hast du beide Reifen. Nein, hab ich nicht. Ja. 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 Da haben wir ja nie irgendeine Möglichkeit auf so scheisschen Achtung bekommen. Das ist halt echt so mein Schwachsinn, ne? Wiedersehen! Ja, das war gut, das war gut. Hahaha! Jetzt will er bisschen wieder auf die Pyramide drauf! Ey! Nein, nein, nein! Ey, ist ja mega viel aus hier, ne? Ja, David, das haben wir längst durch. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt komme ich nicht mehr bis zur Spitze. Ich rutsche ab! 17 Minuten mit unserer kleinen Dacheinlage. Ouch, und ich bin gerespawnt. Äh, und mein Auto steht auf der Pyramide, jetzt werde ich gerespawnt. Oh, Mann! Aber schön, 17 Minuten, ne? Neuer Rekord, glaube ich. Ich rutsche ab! Ich rutsche ab! Ich rutsche ab! Jetzt kann ich Pferde auf. Ich rutsche ab!